Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Conquers Pocket Tales eine neue Aufnahme ist erstmal wieder und wir sind hier immer noch in der Krähenfestung und versuchen hier heute den Boss zu finden ich weiß ich weiß gar nicht wo wir hier sind ich glaube es ist noch ein bisschen zu laut ich höre mich ja selbst nicht mehr aber wer will das auch schon so ähm ja also Waldorf muss ich ja hier irgendwo befinden und ich weiß jetzt auch ungefähr wo es weitergeht wir müssen schönes Fackel finden hat uns ja auch mal irgendwer gesagt hier war ich doch nicht oder hier ist wieder so ein Stuhl der uns attackiert hier ist hier ist aber gar nichts mehr ja waren wir hier mal wieder umsonst hä wo geht's denn dann hier weiter was war das hin ach so da war ich gerade drin ne ich speichere mal glaube ich wieder so da oben jetzt glaube ich geh hier ist es noch mal lang hier ich weiß es nicht ich gehe einfach mal gucken hier ne hier war Waldorf den haben wir besiegt dann geht es hier weiter oder so hier war ich ja auch hä ach da unten ist auch noch sowas ja dann geht es hier lang und dann hier und das bringt uns hier hin zu so einem Stück Papier ja ne was gibt es sonst noch hier zu erledigen hier ne halt von hier bin ich gerade gekommen ach ich weiß es nicht wo ist es ah haben wir vielleicht hier irgendwie was ne wir müssen nochmal zurück zu ne hier war das auch nicht man wo war das denn jetzt jetzt finde ich diesen einen Weg nicht mehr war der hier äh ne hallo ne ist schon wieder so ein Schleim das war aber Moment mal war ich hier schon drin was ist das denn ne ich glaube hier waren wir noch nicht oder ne das sind wir mal wieder Freunde geht's au gucken wir mal au hier oben vielleicht ist ja hier irgendwie was ha ha äh ja ich glaube ich habe soeben den Weg gefunden äh ja wir sind da Freunde also irgendwie da wohl nichts mit einer Fackel denn hier ist schon unser Erzfeind ich habe schon wieder vergessen wie er heißt ja wie ich bemerke hast du Waldorf bereits kennengelernt diesmal wird er dich endgültig besiegen hä und jetzt was ist denn mit dieser Fackel ha Waldorf da ist er mal wieder und rastet diesmal aus und macht natürlich drei Stück so ein Schwert und zwei von den komm ich mit Kreisel was auch immer das ist da ist er auch schon tot das wäre ja einfach äh was ist das jetzt was steht da Krähen fest in Gefahr ja sehr schön und jetzt wie viele Geschenke haben wir denn 24 sehr schön dann haben wir es ja jetzt eigentlich schon geschafft ne was sagen die Viecher hier äh die sind gar nicht mehr da sehr schön doch Moment da ist auch noch ha ha Spinne jetzt bin ich doch hier fertig oder nicht das gibt es ja wohl nicht da wohnt noch einer ah der ist noch da ich hörte in der Burg es ist eine Fackel versteckt also muss ich die jetzt noch suchen gehen oder was ja ganz toll sonst komm ich nicht weiter Moment mal ich kann doch wieder zurück ich geh einfach mal wieder zurück was steht denn hier 24 Geschenke um zurück zu gehen ja dann gehen wir einfach mal zurück ha ha Fisch ich sterbe ach ich kann achso ja und jetzt was soll ich jetzt machen ja das hier kann ich immer äh irgendwie immer noch nicht beseitigen Moment mal ne 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 ach ne ich glaub wir müssen diese Fackel da noch suchen was sagst du denn du musst dich da verklagen gehen nun in Bezug dem Wald welch der des Waldes Freunde ich guck mal nach wie es weiter geht ok so Freunde also ich glaube ich hab's jetzt gefunden ich muss hier drüber springen ähm ja oh mein Gott hier war das hier und da haben wir sie eine Fackel sie gibt im Dunkeln helles Licht ach ne ich muss lesen ja sorry so schnell abspeichern abspeichern und zurück irgendwie so ah ja 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 jetzt will ich nur noch hier raus ich finde den Rückweg anscheinend jetzt nicht mehr mehr und vielleicht können wir dann in diesem Part sogar schon Level 4 betreten ich komm hier nie leben draus ich weiß jetzt mal ich weiß jetzt schon nicht mehr wo es hier lang geht nach oben zu Waldorf bestimmt nicht hier bin ich nicht lang gegangen war das hier? ne ich bin schon hier gekommen ja hier ne ach das gibt's ja wohl nicht warum hab ich immer nur noch ein Leben jetzt müssen wir ach das gibt's woher woher und w woher dass h die ich hab's geschafft freunde ich bin endlich draußen das hat jetzt keine Ahnung acht Minuten oder so gedauert aber ich hab's geschafft ich bin da wir haben die Fackel und alles ist wunderbar schnell speichern und raus das gibt's ja wohl nicht willkommen zurück freunde jetzt es reicht ja natürlich zieh mir noch mehr Leben ab raus nee Fisch hoch hoch jetzt so freunde abspeichern schnell und jetzt können wir das nächste Level auf suchen ich weiß gar nicht welches das nächste Level ist ich hoffe einfach das wird das letzte Level sein das hier kann ich irgendwie immer noch nicht verwenden ich weiß gar nicht wie ich diese Tackel jetzt überhaupt verwende und wo ich die überhaupt verwende im Dunkeln also ich muss irgendwie da reinkommen denke ich mal ich versuche einfach mal irgendwie überhaupt was zu finden du sagst du sagst immer noch das gleiche das weiß ich Moment dieser Trauerwald Geisterwald alte Scheune ich muss zum Geisterwald zum Geisterwald ne einfach hier weiter einfach hier weiter Klauensumpf genau dort muss ich jetzt glaube ich mal hin so ich hab nur noch ein Leben ne das ist nicht gut das ist nicht gut ne ne Mensch dann sieh ich brauch zwei so Freunde ja natürlich man hat natürlich auch nur so wenige Leben da ist was erst mit 24 Geschenken darfst du den Sof betreten wir haben genau 24 also ist das die nächste Welt oh mein Gott steht da was ne was ist das denn da ist ein Haus da komm ich irgendwie nicht rein ok gucken wir mal ach das hab ich gar nicht gesehen Mensch hau äh ja ich wird die da rein schieben die dann da hin ähm ähm oder halt auch nicht oder vielleicht doch doch oh man ich will nicht immer raus mach das einfach mal da hin ähm da muss ich von der anderen Seite kommen nicht wieder raus gehen das schiebst du da hin 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 mach das doch da hin Mensch so ähm so ähm verdammt ach man ey Moment aber das muss da hin ich komm nicht mehr zurück das muss vielleicht da hin so dass das jetzt da hin kann jetzt kann ich das da hinten hinschieben das jetzt da dann hier ok jetzt hab ich's auch nicht ich komm hier nicht mal mehr raus doch halt raus komm ich immer ich schieb das hier als allererstes da hin so jetzt mach ich das so wie ich es die ganze Zeit gemacht hab ich schieb ne halt ne so dann das nicht da reinspringen Mensch dann das jetzt da hin das da hin das da hin und nach unten was hat das jetzt gebracht ah deine Bewertung Ereken Agui wie bitte ah jetzt kann ich hier lang da ist ein Papierstück hinter Danke sehr Danke sehr HAH Ne Hau ab Kann ich hier Ne Kann ich nicht Was ist das? Ok eine Schlange eine Schlange ein Pfeil Moment mal der kann ich nicht ok nein kann ich nicht ja natürlich zieh mich da rein Freunde wir sind es das nächste Mal wieder ich hab keinen Bock mehr ich muss jetzt sowieso noch einen Livestream machen also ja bis zum nächsten Mal und schau ja bis zum nächsten Mal ich hab mich auf dem den 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 chest den